und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am sonntagabend für hardcore colonization schön dass ihr da seid ja wir haben heute noch ein paar körbels zu retten ist so mein eindruck ich muss mal ganz kurz meine meine monitoring bilanz balance ist genau balance ist irgendwie out of order so haut es ein bisschen besser hin jawohl sehr schön genau wir haben noch so ein paar körbels und ein paar tugis vom mund zu retten damit werden wir heute weitermachen wir werden jetzt glaube ich gleich zum beginn noch die dritte rakete starten aber vorher erst mal ganz liebes hallo an all diejenigen die schon da sind nämlich an den neokörmen an lord grimmisch achilles crush rocks an den nikolai den major spanker den tockerer den lighthammer den jojong lighthouse ludus artefacts den hugo hamsterlein ebork safe warrior meuran und maruko schön dass ihr da seid und ja wie gesagt wir haben ja noch so ein paar sachen offen ich glaube unsere erste truppe ist wenn mich nicht alles täuscht sogar schon auf dem rückweg die hatten wir ja schon in den jack geschossen oder zumindest den immunorbit da bin ich mir selber nicht mehr sicher ne das sieht gut aus die sind schon auf dem auf dem weg nach hause sehr sehr gut da muss man noch aufpassen dass wir die nicht verpassen und wir werden jetzt noch eine weitere rakete los schicken wir haben ja noch den wöller mit seiner zweiten rettung immunorbit den werden wir gleich landen dass der die nächste fuhre nahrungsmittel rüber bringt und die nächste fuhre kürbis mitnimmt aber da der eh noch einen kleinen kreis drehen muss bevor er ankommt werden wir so lange die nächste rakete schon mal starten das modell an sich funktioniert eigentlich ganz gut also hätte ich gesagt nehmen wir das einfach mal und fliegen damit in richtung moon los so kurze spannende grafikeffekte ich hoffe ihr hattet ein schönes wochenende wo klicke ich denn hin ich hoffe ihr hattet ein schönes wochenende soweit man kommt ja nicht so weit rum im moment ja tja ja aber das wetter ist schön passen wir es doch kurz zusammen die dinge die gut sind das wetter ist schön sehr schön sogar viel zu schön die vermahle date 16 kürbis zu der moon rakete erinnert mich bitte daran dass ich die später irgendwann lösche so unsere rettungs rakete er möchte gerne ein pilot werden na gut das sei dir genehmigt ich muss demnächst mal wieder ich glaube ich habe auch noch zwei drei kürbis rückstand muss demnächst mal wieder ein stück schwung reinbringen nicht ein stück reinbringen ein schwung neuer kürbis aber lass mich erstmal die vorhandenen retten bevor wir das disaster noch größer machen so wir brauchen einen piloten und natürlich nehmen wir da nicht vom spiel vorgegebenen piloten sondern unser nächster aktiver pilot ist siegmund siegmund kommen und im prinzip hätten wir dann noch einen piloten frei und könnten eigentlich ebook auch noch los schicken wir haben jetzt noch 13 leute vor ort drei touristen davon so drei noch mal raus aus der rakete vom wöller da sind wir bei zehn drei raus die rakete von dann haben wir noch vier kürbis vor ort einen richtigen und drei touris ich glaube so könnten wir das tatsächlich so könnten wir das tatsächlich stoffeln aber ich habe vergessen die hier einzuschalten verrückt völlig verrückt debor vielen lieben dank für den resub mein fehler die alerts waren noch aus ich hoffe dass das jetzt reibungslos funktioniert ab dem nächsten oder genau dann hätte ich gesagt starten wir jetzt noch zwei raketen in richtung und die müssen sich nicht mehr ganz so beeilen dann haben wir ein bisschen mehr treibstoffreserven zur verfügung dann sind wir nicht auf eine anzahl runter wo wir dann noch einen kürbel haben der das raumschiff da vor ort bedient plus die drei touris und dann wäre die überlegung tatsächlich das raumschiff zu nehmen was wir jetzt haben und das mit irgendeinem probe core oder so was auszustatten und einem kleinen rover oder so irgendwas womit wir auf jeden fall ein dock herstellen können also brauchen irgendeine möglichkeit das direkt miteinander zu verbinden damit wir die touristen per crew transfer irgendwie darüber bekommen jetzt funktioniert auch wieder die alerts teifel vielen dank für den sap und ganz viel spaß mit deinen kürbeli modes so die brauchen wir die moment da muss ich jetzt aber gleich ein paar manöver einspeichern damit wir nicht durcheinander kommen so dann schießen wir jetzt mal sieben und los voll und feuer frei genau die rakete war ja sehr großzügig das heißt sehr sehr großzügig so und heute gibt es endlich mal wieder martin nach langer langer abstinenz ich werde heute nacht wahrscheinlich kein auge zu machen verfolgt von euch mal den starship bild von spacex ja auf twitter stück weit also jetzt nicht aktiv in irgendwelchen live streams die sind ein bisschen zu länglich aber ich gucke regelmäßig mal auf twitter rein was sie da sind treiben ist schon relativ spannend und was für eine geschwindigkeit die sich durch die prototypen tankschlaf verbinden und auf docking schalten gehen wir schalten dann geht zu transfer bist du dir sicher das können wir gleich mal testen mit der nächsten rakete ob das tatsächlich funktioniert ich wäre mir da nämlich nicht so sicher ob das geht mit dem tank schlauch verbinden und auf docking schalten dann geht zu transfer du meinst hier diesen docking meinst du den da tatsächlich können wir mal ausprobieren wir haben gefühlt ein bisschen schieten auf der anderen seite ist natürlich die frage warum können turist keine eva machen um uns andere raumschiff zu steigen fragen über fragen so ich nehme jetzt mal ein bisschen speed raus sind sehr schnell für diese höhe schon so ein bisschen hitze effekte an der rakete großen ganzen sieht das ganz gut aus 58 kilometer ich gebe jetzt noch mal ein bisschen stoff rein solange wir noch auf dem triebwerk sind und dann machen wir den rest so schönen guten namen tadlu und duke skywalker schön dass ihr auch da seid 80 kilometer das ist ja quasi perfekt schon von der höhe her ich mache jetzt direkt vorne auf und dann gehen wir runter auf den auf den horizont fliegen das ganz langsam weiter das brauchte ich nicht mehr viel so alles gut bei mir ja bei mir ist soweit alles gut eigentlich ja also ja bin wir noch so ein bisschen heiser irgendwie aber das habe ich schon seit freitag glaube ich ein bisschen die stimme kaputt ich weiß gar nicht wovon aber eventuell ist das bei mir auch einfach im moment ist hier irgendwie alles am blühen und ich bin so ein kleiner heuschnupfengei und das ist glaube ich bei mir die bonuszeit dafür und ich vermute dass da meine stimme auch einfach ein bisschen angehackt ist gerade ist denn der neue da genau ein bisschen abgenutzt ich freue mich schon sehr drauf ich habe heute auch echt ein bad hair day muss ich der fans aber sagen ich hatte heute ein kleines nickerchen gemacht heute nachmittag eine stunde auf der couch und so sehen meine haare ehrlich gesagt auch aus aber es war trotzdem schön so jetzt gehen wir auf schub und wir können derweil mal die solarpanela aufmachen ist das die erde das ist körben das ist körben aber in ksp ist körben so was wie die erde ja da kommen die körbels her aber sieht quasi genauso aus so jetzt kann man das licht wieder anmachen ja ja das erkennt man ganz gut an den haaren wenn man so auf der seite lag so schön weggeknorchelt ja ja so das gibt jetzt gleich noch mal bisschen kohle von massive scale loges holst du die ksp 2 entschuldigung entschuldigung ich verstehe die frage nicht die frage ist doch nicht ob ich mir ksp 2 hole sondern einfach nur wie oft zack natürlich hole ich mir ksp 2 um himmels willen also mir ist bewusst ich sehe das bild ja auch am anfang aber ich habe gedacht ich gehe jetzt einfach mit dem flow und gebe zu dass ich auch zu der sorte mensch gehöre die am sonntag vielleicht nach dem kaffee trinken vor netflix nochmal weg knackt für ein stündchen oder so meine frau hat unsere komische sendung geguckt wo sie irgendwie tiny houses bauen oder so und das fand ich so langweilig dass ich einfach eng geschlafen bin ja so manövere manövere da wollen wir hin wir machen diesmal nicht ganz so schnell ne nicht zu diesem airfield ich denke hier vielleicht ein bisschen schneller als das das ist doch noch relativ weit weg glaube ich oder relativ langer anflug wie lange brauchen wir dann dahin tag und ein bisschen ich mache mal 900 in den flug rein 900 meter pro sekunde das ist ein bisschen langsamer als der letzte anflug das lässt uns mehr treibstoff reserven hervorragend gerade mit expanse schauen angefangen sehr schön macht das expanse ist eine sehr sehr tolle serie ich kann auch die büter die büter irgendwas ist heute ich glaube mein gehirn schläft auch noch lasst mich erst mal was trinken wir fangen jetzt einfach noch mal an ich mache noch mal die stream aus und wir denken auf die bücher sehr empfehlen ich bin jetzt mit buch acht durch mittlerweile neun bücher werden es also ich bin ich kann mich richtig weg spoilern wenn ihr wollt ist aber eine wirklich tolle science fiction serie und ich werde euch natürlich nicht spoilern hast du bist doch in deinem streaming palast doch lange schon dem kapitalismus heim gefallen ja ja genau tiny house oder wie ich es nenne da wo die katzen wohnen x4 entschuldigung Entschuldigung Nein, Spoiler auf gar keinen Fall, Magoko da musst du dir keine Sorgen machen es ist ne tolle Serie wirklich, also du bist jetzt ganz in Staffel 1 ich glaube es gibt ja mittlerweile vier Staffel bei Netflix ne ne? meine ich oder ist das, ne die sind die von Netflix zu Amazon? Ich glaube so rum, ne? Da sind die von Amazon zu Netflix. Ne, ich glaube die sind von Netflix zu Amazon gegangen. Hey Sunny, na? Grüß dich. So, in 25 Sekunden startet unser Burn. Dann machen wir hier den Eject und schicken dann den E-Borg gleich noch hinterher. Dann haben wir die nächsten zwei Raketen im Anflug und können uns dann damit beschäftigen, Wöller schon mal in Richtung seiner Mission zu bringen. Während die anderen beiden auf dem Weg sind. Und Mela, vielen Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Köppenlauten. So, Schub rein. So laut vor, hi. Ah, auf Blu-Ray, okay. Ja gut, ist ja auch völlig legitim. Aber ich glaube, die kamen erst auf Netflix und dann wurden die irgendwie, dann wurden die irgendwie abgedroht, um abgesetzt zu werden. Ich glaube, Amazon hat sie dann aufgekauft oder hat die Serie übernommen. Was mache ich gerade? Ich habe, ich hatte eine zweimonatige Stream-Pause. Das ist jetzt mein zweiter Stream seitdem wieder. Und ich habe zum Abschluss vor der Stream-Pause mit 16 Zuschauer-Körbels, also man kann quasi mit den, mit den Punkten, die man hier sammelt, sich einen Körbel holen in der Serie und mit 16 von denen Ausflug zum Moon gemacht und habe es richtig verkackt. Um es mal so zu formulieren. Das Raumschiff ist mir irgendwie verunglückt. Na ja, und jetzt rette ich die halt, bevor sie da elendig verhungern oder sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Muss ich jetzt ein paar Rettungsmissionen fliegen, um die vom Moon alle wieder aufzuheben. Und da sind auch noch also 13 Körbels und, also 13 Zuschauer-Körbels und 3 Touristen-Körbels sind mir da abhandengekommen. Und die muss ich noch zurückholen. Da hört, laut Übersetzer bedeutet, verhindert das Manual übertragen von Ressourcen, die nicht gegenseitig beeinflussen können. Äh, ja. Die Cross-Obey-Crossfeed-Rules, das habe ich, äh, das habe ich aktiviert, weil ich halt sicherstellen möchte, dass ich tatsächlich nur Cross-Feeden kann, wenn die Verbindungen legitim sind und wenn ich durch irgendwas durchgehe, was kein Cross-Feeden, ähm, was kein Cross-Feeden zulässt, dann soll auch kein Cross-Feed möglich sein. Sooo, dann schauen wir mal... Ist die Musik-Lautstärke für euch so okay? Kommt mir gerade nur ein bisschen laut vor. Aber bitte gebt mir mal kurz Feedback, ob das so für euch passt, ob das eine angenehme Hintergrund-Lautstärke ist von der KSP-Musik. Sooo, 443 dafür und jetzt hauen wir das, äh, in den Alarm mit rein. Er hat Alarm, zack. Okay, sehr schön. Das freut mich, wenn das passt. Also, Raumschiff ist unterwegs. Wir haben ein bisschen Hapa Hapa mit dabei. Wir haben ein bisschen Habitation mit dabei. Wir haben, ähm, ausreichend Strom und vor allen Dingen auch die Solarpaneele draußen und auch so zumindest halbwegs in der Sonne. Das hier glaube ich nicht. Nö, aber das hier reicht und wir sind strommäßig auch stabil. Das sieht gut aus. Dann holen wir den nächsten hinterher. Das heißt, E-Box startet jetzt auch genau. Wenn du das Fuel-Transfer-Problem meinst, was ich teilweise beim Nachtanken habe, ja. Da denke ich selber manchmal noch nicht gut genug dran, dass ich Wege schaffen muss, ähm, ähm, den, den Fuel-Transfer tatsächlich auch möglich zu machen. Hm, das Raumschiff unten links krass rein. Was meinst du jetzt in den Moon? Ich glaube, die Orbits waren alle safe soweit. Ich guck nochmal Sicherheitshalber nach, aber eigentlich waren die alle soweit safe. Das sieht doch gut aus. Ja, hier ist... Ist das? Achso, der fliegt in die andere Richtung. Der fliegt in die Richtung gerade weg. Um den musst du keine Sorgen machen. Das ist... Guck mal, hier sieht man den besser. Das ist der hier. Also, sehr scharfsinnig beobachtet. Ähm, aber der fliegt in diese Richtung. Der fliegt gerade zurück nach Körben. Das sah nur so aus, weil er von da kam quasi. Ne, das ist der Orbit, den du meintest. Wenn man den jetzt hier verlängern würde... Fokussing auf Moon. Den meintest du wahrscheinlich. Aber der... Der ist sogar über Moon. Der wird hier nur nicht mehr angezeigt, weil er keine Periapsis hat. Weil der sich auf dem Heimweg befindet. Aber das ist ein guter Punkt. Ich werde nämlich bei dem mal ganz kurz ein Manöver setzen. Dass ich den nicht verpasse, wann ich den an Körben bremsen muss. Uh, schönen guten Abend und Bending auch an dich. Schönen Abend. Grüß euch. Genau, bevor wir da irgendwie an Körben vorbeifliegen. Also, super viel Habitation haben wir auch nicht mit dabei. Sollten wir hier einmal sicherstellen, dass wir gut bremsen können. Und Sprit haben wir dafür mehr als genug. Aber wir müssen halt auch wissen, wann unser Manöver stattfinden soll. Und ich würde sagen... Das machen wir irgendwo hier so. Dann werden wir uns schön geschmeidig... Ja. Runterbremsen dann. So, und das packen wir uns auch in die Alarmblock rein. Das ist in 5 Stunden. Sehr gut. So, und jetzt ist aber der E-Borg dran. Mit Aufschläg meine ich vernünftig landet. Dann gehen uns da die Ressourcen wieder aus. Für die Lebenserhaltung. Und das wäre ja sehr ungünstig. So, E-Borg. Dein großer Rettungsaufwand. E-Borg hat sogar schon 3 Sterne. Ich glaube, bei E-Borg hatte ich mich nämlich vertan. Irgendwie habe ich den falsch eingefügt. Nein! Der hatte schon 3 Sterne. E-Borg ist von der Elite-Academy rüber gewechselt. Den hat die NASA rausgeschmissen. Weil er denen zu gut war. Und deshalb haben wir jetzt so einen Top-Piloten. Der das hier alles sauber nach Hause schaukeln wird. Oh! Ladepause. Immer noch Ladepause. Na komm. Okay. Oh, guck mal wie viel Manöver er kann. Abgefahren. So. Dann. Dann. Würde ich sagen. Voll Schub. Und. Los. Ich muss das mal umstellen. Das wird irgendwann. Irgendwann wird das. Irgendwann gab es dieses. Wie viel Schub ist drin. Wenn ich starte. Was ist hier? Nee. Ist hier mit drin. Ist hier mit drin. Ist irgendwo anders in den Options, wo ich jetzt gar nicht rankomme. Das muss ich unbedingt wieder einschalten. Das wird mich irgendwann. Irgendwann wird mich das eine Rakete kosten. So. Los geht's. Licht aus. Entschuldigung. Und. Abflug. Und. Abflug. Die Raketen sehen immer so aus. Okay. Los. Da können wir nichts gegen machen. Das ist. Das gibt nun mal in der Natur eine Rakete. So ein bisschen in die Richtung auszusehen. Aber wir sind ja alle erwachsene Leute. Deshalb können wir damit umgehen. So. Können wir damit umgehen. So. So, das sieht aber vom Start auch schon mal sehr gut aus. Ich kann auch ein bisschen aggressiver runterpitchen, das haben wir größtenteils hinter uns hier das Thema. Na, der Gravity-Turn hat echt gut geklappt, sind treibstoffmäßig richtig gut unterwegs. 46 Kilometer, 47 Kilometer Höhe auch schon. So, fairing auf. Licht an. Nächste Stage. Ich kümmere mich dabei mal um die Sonne ab. Guti, ich bin auch noch unterwegs. Das ist doch alles gar nicht so schlecht an uns. So, andere Raumschiff verlässt gerade. Die Anhoffbahn in Richtung Moon, sieht auch gut aus. Jupp, jupp, jupp. Tara, tara, moin. Und hallo, Honi Süß. Klims, habe ich dich schon lobend erwähnt für 32 Monate. Das ist auf Stufe 2. Es geht mir so oft durch die Lappen, dass du noch in Stufe 2 sabst, lieber Klims. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Und weiterhin natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. Und viel Spaß mit dem zusätzlichen Imole. Was ist eigentlich auf dieser Stufe drauf? Ist das das Kerbal Gusm? Ich glaube, ja, es ist Kerbal Gusm. Du musst Kerbal Gusm viel intensiver benutzen. Ich glaube, du bist im Moment neben Crazy der einzige Zugriffsberechtigte neben mir. Nutze diese Macht weise. Nutze sie weise. Ja, vielen lieben Dank. 32 Monate schon. Ei, ei, ei. Ganz der Alte trotz Pause. Ja, ja, manche Dinge ändern sich nicht. Manche Dinge ändern sich nicht. Ich bin weiterhin fürchterlich singletreaded. Und ich könnte jetzt sagen, dass es mir leid tut, aber dann würde ich implizieren, dass ich vorhabe, was dran zu ändern. Und ich befürchte, das liegt nicht in meiner Macht. Jengsan, vielen lieben Dank, bevor ich es jetzt wieder vielleicht vergesse, für 30 Monate Resub. Dankeschön. Und hier kommt jetzt gleich der nächste Orbit. Und damit auch der nächste Massive Scale Launch. Bonus. So, das hält das kostenmäßig alles ganz gut im Griff. Ich denke, wir peilen grob die gleiche Stelle an. Kleinen Moment später vielleicht. Und pumpen da auch 900 rein. Dann sollten wir ein sehr ähnliches Ergebnis erzielen. ein bisschen später noch. Jo, da sieht doch gut aus. Machen wir denn so, würde ich sagen. Ich glaube, Neo, wenn meine Frau irgendwie könnte, würde sie auch gerne dafür sorgen, dass, wenn ich eine Sache mache, ich vielleicht zumindest eine zweite Sache noch mitbekommen könnte. Weil das auch beim Thema Zuhören bei mir nicht immer gut funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel tatsächlich war, dass ich gerade lese oder Podcast anhöre oder sonst irgendwas, dann ist das sehr problematisch, wenn jemand anders anfängt zu reden und meint, dadurch meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Weil ich tatsächlich einfach auf dem Tread weiterlaufe, auf dem ich gerade bin. Und das dann leider oft erst 30, 40 Sekunden später auffällt, dass ich kein Wort mitbekommen habe. Von dem, was da gesprochen worden ist, auf dem für mich Seitentrack. Genau, Tara, Tara. Ich habe die Frage gerade gesehen, aber sie wurde schon fachkundig beantwortet. Genau, da findest du immer die aktuelle Mod-Liste. Wichtiger Punkt, steht das beim Link eigentlich noch dabei? Genau, KSP 181 benutzen und 1,6er, 1,7er und 1,8er Kompatibilität einstellen. Also das, was da in Klammern hinter dem Text und vor dem Link steht, ist relevant, sonst wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und Light, vielen lieben Dank für den Resub im dritten Monat auch schon damit, raus aus der Holzklasse, rein in die... Ist das Bronze, ja, ne? Ah, schwierig. Aber vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön. Dankeschön. Teufel, das ist doch gut. Solange sie noch glücklich ist, wenn du da bist, hast du doch noch viel, viel richtig gemacht. Könnte ja auch andersrum sein. Von daher... So, der Burn läuft. Oh Gott, jetzt bin ich beinahe auf die Leertaste gekommen, ey. Heieiei, die M-Taste ist aber auch gefährlich positioniert. Wie komme ich da eigentlich reingeflogen, das sieht so aus. Ne, das sieht aber nur so aus, als ob ich halb über den Südpol fliege. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber das mit Deinklination habe ich auch schon mal besser hinbekommen. Muss man in der Fairness selber sagen. Naja, aber der E-Book... Der fliegt das... Manöver-Winness selbstständig. Ein Low Maintenance Pilot. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr begrüßenswert. Ich glaube, das Werkzeug hat mir ja da gelassen. Oh, jejei, 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 jejei. Joschi, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Cronauten. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen... Schub rein geben, das ist mir ein bisschen zu knapp. 20 Kilometer kann ich mit um, aber 2000 ist mir doch ein bisschen zu wenig. So, und dann wollen wir natürlich... Ein Bremsmanöver schon mal ein Plan. So... So, ich muss mal schlafen. Äh... Add Alarm. Sehr schön. Gut, und dann geht es für uns jetzt als erstes... Wahrscheinlich hierhin zum Wöller. Jetzt gucken wir mal, dass wir ihn in der Zeit, die wir haben, runterbringen zu unserer Truppe. Entschuldigung. Eigentlich habe ich noch eine »Fuel« für solche Späße. Ich pumpe jetzt mal ein bisschen was da rein, ihn schneller runterzubringen, aber tatsächlich Nachher ärgere ich mich, wenn es fehlt. Das machen wir nicht. Wir lassen ihn jetzt tatsächlich diese Runde drehen. Die anderen Raumschiffe kommen ja rechtzeitig an. So, wir speichern jetzt hier aber das Bremsmanöver ein. Dann wird er nachher gar nicht der zweite vor Ort sein. Das wird ein bisschen knapp zueinander, ne? Na ja, mal sehen. Also drei Stunden vier, drei Stunden 28. Dann fangen wir hier an. Dann fangen wir dort an und bringen die erste Rakete schon mal in die niedrige Umlaufbahn und dann machen wir einfach von da aus weiter, die Dinger nach und nach umzuladen. Mal gucken, wie die Taktung so funktioniert. Judi, vorwärts bis zum... bis zum Manöver. Wo ist die andere Moonrettung? Die da unten? Ne, ne? Das ist die, die... Die erst um vier Stunden irgendwas, vier Stunden 30 da ankommt, glaube ich. Delete und Close, Close Alarm. Sehr schön. So, wir haben im Moment da unten noch drei Stunden 54... Sprit wollte ich schon sagen. Im Prinzip auch Sprit, weil wir es ja über eine Fuelzelle machen, aber Strom und einen Tag und fünf Stunden Supplies und sehr viel Habitation. Sieht also ganz gut aus, dass wir rechtzeitig mit der nächsten... mit der nächsten Rakete da sein werden. Die sind schon auf dem Weg zurück, die brauchen auch keine sechs Tage mehr. Ich glaube, das müssten die hier sein, die oder die. Ne, das war Völler, das sind, glaube ich, die anderen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber Völler ist nur ein Orbit, von daher können wir danach dann zur Landung übergehen. Das ist nur ein Orbit, von daher, wenn wir das machen. Das ist nur ein Orbit, von daher, wenn wir das machen. Na, der Anflugwinkel sieht doch gar nicht so schlecht aus. gleich noch eine kleine korrektur mit rein woher minuten das sieht gar nicht schlecht aus dass wir da auch wirklich drüber kommen so das ist in elf minuten das passt noch ganz gut bevor die nächste rakete ankommt die korrektur zu fliegen der misch control ist im moment mal dem echten hintergrund gewichen ein bisschen greenscreen faul weil ich sehr viel zeit vorm rechner verbringe jeden tag beim arbeiten halt also ich arbeite auch aus dem home office seit ich weiß gar nicht gefühlt 200 jahren mittlerweile und hat sich meine begeisterung für greenscreens gerade ein bisschen ein bisschen gelegt im moment lebe ich mal mit dem echten hintergrund der ist doch wohl raketig genug ich bitte euch kürbels saturn raketen eine mondlandefähre steht da unten noch alles dabei alles dabei ok dann lasst uns hier gleich einmal die kultur machen genau und eine luftschleuse so das war noch mal gucken wann das ist zehn minuten also es dreht sich auch noch mal ein bisschen weiter wir werden es dann entscheiden wir machen jetzt erst mal die andere rakete die müsste auch schon im anflug auf den moon sein das ist das wenn das noch zeitlich klappt dann klappt das noch wenn nicht wenn nicht müssen wir noch eine orbit drehen das werden wir auch schaffen das war knapp das war knapp mindestens mal knapp schon da kommt ja noch mal eine minute drauf ich glaube das wird jetzt noch nix aber schauen wir mal also für ihn da hinten wird das noch nix ich glaube er dreht noch eine runde jetzt noch die unter mit drauf nehme plus eventuell notwendige korrekturen das wird nix das wird denke ich nix sehr schön das sieht gut aus und jetzt überfliegt er aber auch gerade hier die stelle ok dann bereiten wir doch hier mal eher so den anflug vorne 58 minuten was ist denn 58 minuten gut einer von den beiden aber das ist noch mehr als genug zeit das ist noch mehr als genug zeit grinserpilz vielen dank für ein follow ganz herzlich willkommen bei den euronauten gut dann machen wir jetzt erst mal den noch ein sehr kurzer spaß auf dieser stench gut dann bereiten uns hier jetzt mal auf eine landung vor mal gucken wir mal wie das funktioniert das ist in 11 minuten das lässt eigentlich genug platz dass das ok sein sollte wir sind auch bald wieder auf der hellen seite ok jetzt lasst uns mal ein bisschen genauer hingucken was hier passiert ich stehe damit auf das erste ganz gut auf den fuß dann hoffen wir mal das beste milo vielen dank für dein follow schauen wir mal dass wir ebook da sauber runterbringen es ist halt immer noch dunkel wie wie die nacht der anflug vektor sieht gar nicht so schlecht aus geht Gut, jetzt muss ich noch mal gucken, zur Zeitbahn 60 Kilometern. Sieht im Moment gar nicht schlecht aus, ich würde da mal ein bisschen vorbremsen, weil es sonst zu heiß wird. Ich will halt nicht mehr mit 500 Meter pro Sekunde reingerasselt kommen, also ich hätte gerne noch ein bisschen Zeit. Auch reagieren zu können, ebenfalls kleine Korrekturen zu fliegen, wir haben genug Delta V, so wie es aussieht, daran soll es nicht scheitern. So, jetzt ziehe ich meinen Marker her. Da hinten ist der kleine rote Marker, falls ihr ihn nicht sehen könnt. Da hinten ist der kleine Rote Marker, da hinten ist der kleine Rote Marker, da hinten ist der kleine Rote Marker. Da hinten ist der kleine Rote Marker, da hinten ist der kleine Rote Marker, da hinten ist der kleine Rote Marker. Was für ein Mistiger Anflug. Die Dunkelheit macht es halt auch echt nicht besser, ne? Das ist der kleine Rote Marker, da hinten ist der kleine Rote Marker, da hinten ist der kleine Rote Marker. Da hinten ist der kleine Rote Marker. Da hinten sind die Rote Marker, da hinten sind die Rote Marker, auch nicht besser, nicht besser. Das ist der kleine Rote Marker, da hinten ist der kleine Rote Marker. Wenn Sie hier nicht oder sind? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke, das reicht erstmal. Das schlimmste haben wir erstmal. Wir sind ein bisschen weit noch davon weg. Ich will gerade, wie wir es machen. Dann riskiere ich noch einen Sprung. Ich muss halt näher ran für den gegebenen Fuel Transfer. 129 Meter ist halt reichlich wenig. Ich mache noch einen kleinen Hüpfer. Ich habe noch einen kleinen Hüpfer. Das ist ziemlich hart reingefedert. Komm, 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 zurück. Nein. Was ist heute nur los, ey? Die Federn sind nicht hart eingestellt, glaube ich. Oder ich bin zu hart aufgesetzt. Aber wir haben das gleiche Problem wie letztes Mal. Es ist aber nichts Schlimmes passiert. Man, 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 man. Warum sind die... Ah, scheiße, die sind doch auf Auto gestellt, ja. Das ist das Problem. Äh, das ist nicht gut, dass das so ist. Das erklärt nämlich auch, warum wir die Dinger kippen. Weil die halt zu hart reinfedern. Oder zu weich reinfedern. Und dann halt erst mal liegen bleiben. Okay. Alles gut. Alles gut. Aber ich habe den Fehler jetzt gefunden, warum es immer wieder passiert. Es sind die Landebeine tatsächlich. Die nicht hart genug federn. Jetzt machen wir erst mal das, was wichtig ist. Nämlich unser kleines Raumfahrzeug. Strom versorgen und, äh, in Position bringen für den, für den Transfer von Ressourcen. Deswegen sind wir hier. Danach machen wir uns dann den Kopf drüber. Ich will das hier wieder sauber in den Griff bekommen. So. Pap, 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 pap. Wir brauchen jemand von euch. So. Wir sitzen hier drin. Dann. Ich gehe der Explore jetzt raus. Also, er wird Explore auch Ingenieur. Das heißt, wir können uns auch da was überlegen. Das mache ich jetzt mal kurz aus. Das ist nämlich irgendwie einartig. Gut. Gute schönen Schraubenzieher machen. Harte. 29 Minuten noch. Das ist erst mal okay. So, damit haben wir schon mal eine Verbindung für das Essen. Wir können die Kiste hier versorgen. So, Supplies. Sieht gut aus. Die kriegen wir sogar wieder randvoll. Strom lädt hier auf. Hier ist noch ein bisschen was drin. Gut, gut, gut. Das heißt, wir können uns hier eigentlich schon mal überlegen, Wer sind die nächsten Glücklichen? Wer sind die nächsten Glücklichen? Ich würde sagen, ich nehme einfach die drei, die hier sitzen, tatsächlich. Also Körbelkörmen. Körbelkörmen wird gerettet. Wenn ich die Tür finde. Da. So. Ist ja zwei Fahrzeuge umgestürzt. Ja, vielleicht habe ich zwischendrin auch schon ein drittes umgestürzt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt Gott sei Dank den Fehler mittlerweile gefunden. Hat aber eine Weile gedauert. So, Turbinon. Das stand so schön. Der Anflug war auch super. Also die Landung war ein sehr angenehmer Entfernung. Aber dieses weiche Federn der Landebeine hat es dann leider kaputt gemacht. Leider, leider. Stimmt, wir können das mal schauen. Wo sind denn diese blöden Türi so im Moment? Kim Kott. So. Zack. Jets Transfer Crew. Transfer. Ne. Seht ihr, das geht nicht. Weil ich habe... Ich lasse das halt nicht zu. Also die Mods unterdrücken das bei mir. Und das soll auch so sein. Also ich kann... Ich muss schon ein echtes Dock herstellen. Ich muss ein echtes Dock herstellen, um die Turis da rauszubekommen. Und das ist auch gut so. So. Der Major. Wird gerettet. Hofft er zumindest im Moment noch. So, und jetzt gehen wir mal meiner Theorie nach, wie ich das vielleicht fixen möchte. Mal gucken, ob das funktioniert. Muss ein bisschen die Uhr im Auge behalten. Das könnte hinhaben, aber ich bring mich mal in Sicherheit. Ach so, da sind wir vielleicht noch... Oh, man braucht gar keinen Körbel mehr dafür. Sehr schön. Dafür hätte ich aber noch einen Körbel gebraucht. Wie es scheint. Snap. Hier kommen. Explore. Explore ist auf jeden Fall an der Tür. Kommt, Leute. Jetzt schauen wir mal, ob wir es damit wieder aufgestellt bekommen. Das wäre schon relativ geil. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ja. 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 Komm hoch. Ist nicht weit genug. Ist nicht weit genug. Okay, da müssen wir noch mal mit dem Ingenieur ran. Ich habe das Bein nicht ganz so dran, wie ich mir das vorgestellt hatte. 23 Minuten. Ah, okay. Ja gut. Das ist... Entschuldigung. Das erklärt so einiges. Vielleicht machen wir das lieber hier. Oh, shit. Ich habe das Festschrauben nicht festgehalten. So müsste es besser klappen. Rufig. Schneid euch. So. Neuer Anlauf. Ich hoffe, es hat genug Schwung. Hallo. Cannot deploy while stoned. Du bist nicht stoned. Du Kasperding. Okay, an der Stelle will es nicht funktionieren. Warum? Warum? Irgendwie wertet es sich selbst da als verdeckt oder sowas. Ich weiß es nicht warum. Sehr schön. Okay. Das will also nicht. Was ist falsch mit dir? Komische Stütze. So. So. Es ist hier so angenehm. Also eigentlich müsste es ja jetzt so einen richtig guten Federungseffekt auslösen. Das ist eigentlich alles, was ich habe, ne? Das ist genau dieser Effekt. Dass der mir einmal den Schwung gibt. Das gibt es doch nicht. Wieso ist das denn jetzt stoned? Ich werde verrückt. Ehrlich. Du bist doch nicht stoned. Du bist doch nicht verpackt. Was ist denn falsch mit dir? Es gibt manchmal so Momente. Wenn ich an diesem Spiel ein ganz ganz klitzekleines bisschen verzweifle. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ein winziges bisschen sozusagen. So, wir gehen jetzt mal. Oh Gott, das ist ein Riesenfehler. So. Willst du an dieser Stelle Ich glaube, es ist einfach broken. Das ist jetzt einfach broken. Dieses gesamte Bein ist jetzt einfach broken, hat es beschlossen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, cool. Du nicht mehr. Danke. Für nichts. Tschüss. Den Effekt kennen wir auch schon. Oh Gott, bitte überräume ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so aus. Es habe keine Ahnung. Vielen Dank. Wie viel Zeit habe ich noch? Das ist eine gute Frage. 18 Minuten noch. Also noch ist alles Chico was die Zeit angeht. Und das hier bauen wir so lange mal einfach ein bisschen höher, damit es nicht stört. Jetzt verpisse ich mich mal ganz schnell. Ich bin gespannt, ob die Beine jetzt auch gefrackt sind dadurch. Oder ob ich ihn aufgerichtet bekomme tatsächlich? Was hier ist? Okay, die kommen. Ah, komm. Scheiße. Reicht mir das? Reicht mir das für einen Start? Ist die große Frage. Ach, das ist riskant, ne? Also, die Richtung sagt, passt schon. Der Boden bleibt eher abschlüssig. Ich glaube, das haut hin. 16 Minuten. Komme ich in 16 Minuten sauber in den Orbit rein? Muss ich aber gar nicht. Ich muss nur weg. Okay. Wir probieren das. Das ist ein bisschen riskant. Aber... Was ist das denn passiert? Holy shit. Wow. Hä? Was ist jetzt aus? SRS aus? Was soll denn das? Der steht genau auf dem Mittelpunkt. Was für eine Scheiße. Geh am Stock, ey. Ich geh wirklich am Stock. Heute geht's richtig schief. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, was hier los ist, ehrlich gesagt. So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Moment. Nope. Keine Chance. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Nee, ACS hilft auch nicht. Hab ich auch gerade schon probiert. Vergiss es. Wir kriegen die Nase halt nicht hoch, ne? So eine Scheiße. Das ist richtig mistig. Ich mach's gerade nur noch schlimmer im Moment. Ne, ich hab nicht genug Schub. Ähm, ich hab nicht genug Schub, um die Rakete sofort hochzuziehen. Das reicht einfach nicht. Das reicht einfach tatsächlich nicht aus. Ich weiß noch nicht, was ich damit jetzt inhaltlich anfange. Aber ich muss mich jetzt erst mal um die anderen Raketen kümmern. Ah, super bitter. So, die sind da drin. Die sind an sich da. Ja, ich will die Rakete nicht in die Luft jagen, Averburg. Das ist alles, das ist mir zu riskant. Im Leben nicht. Das schreit nach Explosion. Man muss es nicht provozieren. Also, wir können doch mal gucken, dass wir entweder die Stützen nochmal anders positionieren oder ich nehme tatsächlich diese Luftschlose, wie bei der anderen Rakete auch. Wir brauchen die ja nicht zwingend. Jetzt müssen wir uns nur erstmal darum kümmern, dass hier soweit alles passt. Okay. Das ist hier kurz die Bremsung. Gott, oh Gott. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die andere Kapsel nicht an Körbe einen Blödsinn macht. Aber die ist auf 80 Kilometer, eigentlich kann nichts passieren. So, wir bringen jetzt erstmal Wöller in den niedrigem Orbit, dass der auch bereitsteht. Und hier können wir schon mal dran denken, das ist, was uns gekillt hat. Das machen wir so nicht nochmal. Das läuft. Dann machen wir gleich die Landung der ersten vier. Dann wenden wir uns nochmal der Thematik an der Crashzeit zu. Ich würde sagen, good enough. Wir springen jetzt erstmal hier rüber. Von da können wir weiterarbeiten. Das mit der Luftschleuse hat ja letztes Mal eigentlich ganz gut funktioniert. Gott, fahrt hier komplett auf. Kann man natürlich auch machen. So, da freuen sich schon mal die ersten. Das ist eine halbwegs sichere Rückkehr. Das soll dann eigentlich passen. Das Ding wollten wir noch abbauen, ne? Naja, gleich. Das muss noch weg. Jetzt haben wir wieder einen Tritt. So. Aktion Bremse uns in die Atmosphäre läuft. Hier ist auch das Kars... Ne, Desert. Okay. Nicht das Kars C. Jai, das ist ein schwebender. Das ist ein Schwebender, der kommt. Dann woher oder es ist ein Schwellen. Wie ist es denn? Wenn ihr euch an das Schwellenstelle überrasst. Das ist ein Schwellenstelle. Das ist nicht möglich. Vielen Dank. So, ich denke, damit haben wir ganz schön wieder Eintrittswinkel. So, jetzt geht die liebe Tanja mal kurz raus. Und macht das Ding kaputt. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, wir sind auch gleich in der Atmosphäre. Das heißt, wir können uns davon verabschieden. Gehen hier schön auf Retro und schieben uns ein bisschen zur Seite, um nicht gleich mit unserem Service-Modul zu kollidieren. Das sollte ausreichen. Sehr schön. Okay, dann wieder Eintritt. Fallschirm ist scharf. Auf geht's. Ah, die Scheißleiter. Ich hab die Leiter vergessen. Ich hoffe, dass sie nicht zu viel Hitze in den Pott reinzieht. Wir kriegen viel Hitze auf den Pott rauf. Okay. Okay. Anfang. Los. Margien. Ich versuche mal die Leiter ein bisschen aus dem Drama auszuhalten. Ich versuche mal die Leiter ein bisschen aus dem Drama auszuhalten. Der sehr, sehr, sehr lange Weg nach Hause. Oh, wow. Sieht ganz gut aus, das was sie hinter uns haben. Ja, die Morderei war auch nicht so gut. So, Carles, Sulan und Tanja sieht schon mal ganz gut aus. Und natürlich Anthrax als ihr Pilot. Sieht schon mal ganz gut aus, dass wir die wieder in einem Stück nach Hause bekommen. So, gleich noch gucken, wie das für den Rest aussieht, aber ein Problem nach dem anderen. So, die Leiter bringt uns jetzt natürlich ein bisschen in Rotation. Ich hoffe, dass sich das unterm Schirm gleich ein bisschen fängt. Das sieht alles ganz gut aus. Bis auch, dass wir uns ein bisschen drehen. Unterm Fallschirm ist es relativ einfach. Das Ganze wieder aufzuhalten oder in den Griff zu bekommen. So, Splashdown im Ozean nach einer doch etwas aufregenden Reise. Mit ein paar extra Hüpfern. So, die ersten sind zu Hause. Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, wir werden die Lösung mit dieser Luftschlose nochmal machen. Die ging eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Boah, das gab reichlich Badges für alle Reisenden. Splashdown, Dany & Kerbin, okay, war natürlich eure erste Reise. Damit nachvollziehbarerweise auch viel Ruhm und viel Ehr. Ich guck mal, ob es irgendwas mit dem Moon zu tun gibt. Also, noch jemanden retten müssen wir heute nicht. Ich dachte immer, sowas wie den Boden zu nehmen oder so wäre ganz gut. Gut. Erste Truppe zu Hause. Schauen wir mal, dass wir den Rest auch noch in einem Stück zurückbekommen. Das müsste ja die hier sein. So. Also. Das letzte Mal hat das ja mit dieser Luftschleuse ganz gut geklappt. Vielleicht machen wir genau den Trick nochmal. Eine Luftschleuse haben wir noch. Das heißt, einmal können wir den potenziell noch pullen. Und die scheint ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, Booms dahinter zu haben. Um uns aufzurichten. Das könnte eine Möglichkeit sein, wenn wir das nochmal mit der Luftschleuse abziehen können. Dann muss man nur erstmal wieder dahin zurückrollen. Oh, was ist hier los? Oh, das Rollen hat uns fast was ermöglicht. Vielleicht kriege ich es damit auch selber hin. Nein. Kriege ich nicht. Für einen kurzen Moment. Hätte ich es vermutet, dass das klappen könnte. Jetzt liegen wir aber richtig fest. Ich bin jetzt. Zoom. hier bleiben wir jetzt liegen dankeschön so jetzt bin ich auf der seite naja ok war das eh schon schrauben zu ihrer hand hier so die idee hinter der ganzen sache war ja quasi die luftschleuse nach unten zu richten um sich dann aufzurichten so da ich das nicht aus nächster nähe verfolgen möchte haben sogar noch ein paar luftschlossen sehr schön können wir noch mal spielen müssen wir aber nicht wegen so elektrische ist immer noch okay aber wir könnten mal wieder starten essen sagt im moment vier tage das ist okay so jetzt probieren wir das hier noch mal das assige bein da ne what also so klappt das dann jetzt mit dem rollen besser ok leute das geht jetzt entweder fürchterlich schief oder das klappt fürchterlich gut normalerweise ist das der zeitpunkt für ein quicksave also an sich okay ich habe zu langsam reagiert jetzt rollt ihr da nicht mehr lang weil es den berg hoch geht dieses raumschiff macht mich fertig dieses raumschiff macht mich ehrlich fertig ja genau zieht das andere ding noch mit das ist okay für mich mache ich mache unser aller leben kaputt das ist okay das ist okay Leider, wir fliegen. Boah. Das war ein bisschen anstrengend. Die Ewok guckt auch noch völlig geschockt so, was passiert hier, habt ihr den Verrückten wieder ins Steuer gelassen, ja, haben sie, haben sie, definitiv, so, jetzt gehen wir erst mal auf Höhe, um dem Moon zu entkommen und dann leiten wir hier das nächste Rettungsraumschiff hin und diesmal werden wir versuchen, das einfach mal nicht umzukippen, da gehen nämlich langsam die Luftschleusen aus. Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. In China, vielen lieben Dank für Außen-Bits, Dankeschön. So, ich denke mal, wir gehen so auf 15 Kilometer, das sollte jetzt mal reichen. Sehr schön, dann haben wir das schon mal, dann sind wir mit ein paar weiteren. Körbelz unterwegs, ah, vielleicht reicht das sogar, direkt den Exit wiederzumachen. Das sieht gut aus. Lasst uns erstmal noch außerhalb der Atmosphäre bleiben. Das sind dann so 80, 79, 80 Kilometer. So, sehr gut. Und Buschhofer, vielen lieben Dank für den Sub und Christian, vielen lieben Dank für den Follow. Ganz viel Spaß beim zu gucken, beziehungsweise Spaß mit den Körbeling Moans. So, wir machen jetzt hier noch den Eject Richtung, Richtung Körbel fertig. Und dann holen wir die nächste Rettungsmission rein. Das sieht doch alles schon mal gar nicht so schlecht aus. Extend. Extend. Und die Fuelzelle können dann erstmal aus. Oh Gott, diese Kiste sieht aus völlig zerhackt. So, dann können wir den Treibstoff nämlich lieber benutzen, um zu fliegen. So. Ein bisschen froh, dass man mein Gesicht nicht sieht. Ich denke, du bist sehr neutral. Du siehst aus wie jemand, der dringend ein neues Inlay in seinem Raumanzug bräuchte, wenn du verstehst, was ich damit sagen möchte. Aber du und Tubinon, ihr habt offensichtlich den gleichen Triseur. Ist euch das aufgefallen? Genau. Der 1000-Meter-Blick. Wie heißt der? 1000-Kilometer-Starren oder so? Oh Gott. Völlig fertig mit dem Leben. Er freut sich auch gar nicht mehr, dass es nach Hause geht. Er ist einfach nur noch Angst erfüllt. Angst erfüllt. Oh, jetzt hat er seine Händchen bewegt. Jetzt klatscht er. Weil alle klatschen. Oder Flug. Alle müssen klatschen. Ist ein deutsches Raumflugprogramm. So, Freunde. Auf der Ende brauchst du ein bisschen Urlaub. Saufi, Saufi. So. Zack. Die Rakete ist unterwegs. Das stoppen wir uns jetzt auch noch mal in der Alarmglock. Dass wir euch da sauber abfangen. Add Manöver. Und dann kommt hier noch mal ein Bremsmanöver mit 600 und ein bisschen. Das sollte reichen. Um uns irgendwie nach Hause zu bringen. Ist auch völlig egal. Es geht ja nur um das Manöver, dass ich den Zeitpunkt abpassen kann. So. Add Alarm. Yes. Thank you. Dann haben wir das. Dann kommen wir... Die dreht noch eine Runde. Die kommt gerade schön tief angeflogen. Ich würde sagen, die nehmen wir uns jetzt mal vor für eine Landung. Und ich gucke vorher, dass die verdammten Beine passen. Weil das ist nicht Wöllers Kapsel. Wöllers Kapsel ist die, die noch ein bisschen weiter oben fliegt. Bei Wöller hatte ich die Beine schon umgestellt. Auf eine harte Federung. Das muss ich bei der Kapsel hier noch machen. Damit uns das nicht noch mal passiert. Ich könnte auch einfach aufhören, da dauernd im Dunkeln zu landen. Aber... Dieses im Dunkeln landen ist so fürchterlich. Weil es halt auch aber so zappenduster ist, Freunde. So. Also wir sind ziemlich exakt im Überflug. Das heißt, wir können hier einfach eine relativ entspannte Landung ansetzen. Die wird wohl ziemlich... ziemlich... exakt retroreit sein. Schauen wir mal. So, das macht die ganze Sache schon mal ein bisschen langsamer. Dann gucken wir mal, dass wir das Baby hier sauber nach Hause fliegen, beziehungsweise sauberer anlanden diesmal. Das müssen wir nämlich so nicht noch mal haben. Ich werde dadurch auch nicht jünger. Das macht mich ja auch kaputt. So, auf jeden Fall können wir hier schon mal your patrol einschalten. Die nehme ich mir als Notfallsicherheit, dass es Arsch sie erst dazu halten kann. Ich lerne ja auch langsam. Offensichtlich sehr langsam dazu, aber ich lerne dazu. Okay. Okay, dann würde ich sagen, können wir hier schon mal ein kleines Zwischenmanöver setzen. So in etwa, das ist ja auch gleich soweit. Ach, gehen wir da zum Boden. Schauen wir mal, dass wir so ordentlich landen diesmal, ne? Spannung, Spiel und Spaß. So, den Marker zufolge. Sind wir irgendwo hier? Den Marker gerne sehen. Seht ihr den schon? Ich kann ihn leider noch nicht erkennen. Was ist das? Das sieht gut aus, damit kann ich arbeiten. So, wir haben jetzt das Timing gut hinbekommen mit der Bremsung. Könnte das eine sehr schöne One-Shot-Landung werden. Fuck, ich bin viel zu spät beim Bremsen. Viel, viel zu spät. Ich muss vielleicht gleich hochziehen. Ich muss hochziehen, glaube ich. Oh shit. Oh shit, da habe ich mich richtig verkalkuliert. Wie ist das denn passiert? Ich hoffe, ich bekomme den noch hochgepult aus dem Dive. Fuck, 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 fuck. Blaze for impact? Oh shit! Oh shit! Sigmund, ich hoffe, das geht gut für dich. Ich habe nicht darauf geachtet, wann der Boden kommt. Viel zu spät. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs gefangen mit den Bauteilen, die die Rakete noch hat. Für ihn geht es, glaube ich, gut. Verdammt, 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 verdammt. Eine Rettungsakete weniger, aber ich glaube, er überlebt das. Ja. Ist okay, ist okay. Ist okay, er lebt noch. Fuck, da sage ich an Nachtlandungen sind so verdammt gefährlich. Wie weit sind wir weggerutscht? Drei Kilometer. Okay, er lebt. Das ist das Wichtigste. Wir haben die Rakete zumindest schön als ablative Panzerung nehmen können, um ihn nach und nach runterzubremsen. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Okay. Eins nach dem anderen. Okay. Was zum Teufel. Ja, ja. Heute ist ein bisschen der Wurm drin. Generell in dieser Moon Mission ist der Wurm drin, aber Deluxe. Aber es ist okay. Es ist keiner gestorben. Es ist keiner gestorben. Es ist nur... Es ist nur noch schlimmer geworden. Es ist nur noch schlimmer geworden. Es ist nur noch schlimmer geworden. Also erstmal müssen wir zur Piriapxis. Da bremsen wir gleich nochmal. und dann müssen wir mal gucken wie das alles so aussieht das sieht schon nicht schlecht aus sehr gut dass wir diese rakete noch mal machen ich würde es gerne vermeiden aber es bleibt nicht aus das ab und zu passiert aber es würde von der quote her wird es mir dann persönlich jetzt reichen mit den problemen aber ich würde sagen ich worb hier erstmal hin und guck mir das manöver gleich noch mal an wenn ich da bin so kleismäßig sieht's aber gut für ihn natürlich nicht so gut aus für siegmund gerade also wir müssen jetzt als erstes mal siegmund einsammeln bei der auch rüber jetpacken kann glaube ich das stückchen das wäre eigentlich ein punkt hier wir gehen einfach landen und siegmund kommt rüber zu uns das ist okay so jetzt machen wir hier mal das korrekte manöver draus so ungefähr das mit der rettung sollte schnell gemacht sein ja erstens kommt es immer anders und zweitens als man denkt aber wir haben noch eine stunde knapp und wir sind zumindest mit den normalen kürbels fast durch was mache ich denn hier irgendwie ein bisschen neben der spur ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren auf diese landung damit wir nicht noch ein problem dazu bekommen so rcs für den notfall bereit landebeine sind eingestellt und ausgefahren retro surface zack jetzt muss ich nur gucken dass ich das richtige erwische ne das da so wir machen jetzt hier die erste zwischenbremsung diesmal mache ich sie ein bisschen gründlicher wir kriegen auch bald wieder tageslicht ich hoffe dass ich dann rübergejetpackt komme mit siegmund das wäre relativ angenehm würde viele probleme erstmal für den ersten turn lösen licht ist auch an ok also wir streben jetzt nicht perfektion an wir streben eine landung an in der nicht passiert das werden relativ viel zwischen bremsen diesmal um zu vermeiden dass uns das noch mal passiert jetzt fangen wir schon mal an ein bisschen zu arbeiten probieren jetzt kurz so ich ziehe jetzt halt die Apoapsis immer wieder zu mir ran das heißt ich senke meine fallgeschwindigkeit deutlich um gleich nicht wie so ein stein runter zu kommen wieder und gleich dann noch das die einen horizontal speed aus aber vor allen dingen will ich nicht zu schnell fallen das sind jetzt im moment 15 meter das ist ganz ok das problem ist dass diese anzeige hier so falsch ist und das hat mich glaube ich gerade in den tod gerissen oder in den absturz den tod ja zum glück nicht jetzt sind wir plötzlich bei minus 5000 weil das so dumm hin und her springt das würde ich diesmal gerne vermeiden ehrlich gesagt huch verdammt meine schatzspielereien mit der landung wie gesagt ich mache es diesmal ein bisschen vorsichtiger lieber ein bisschen mehr puffer als wieder drauf gehen er sendet schon wieder sehr widersprüchliche signale so muss es eigentlich passen das sieht gar nicht schlecht aus jetzt schweben wir mit den letzten metern hier noch rüber um eine gute landung hin zu bekommen und haben jetzt hier eine schöne kontrollierbare geschwindigkeit und können vor allem auch mit licht arbeiten das macht die landung ein bisschen angenehmer das ist leider die falsche bleibt stehen nicht nochmal das spiel spielen wir nicht noch mal so und jetzt machen wir einen kleinen hüpfer gleich noch weil ich die falsche angepeilt habe okay also diesmal machen wir den hüpfer aber nicht in den tod sondern hoffentlich neben die neben die kiste hin so 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 RCA ist aus. Und rüber in die andere Kiste. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ziehen wir mal so lang sehen uns die ganzen Körbels. In der, da sind die anderen noch. Brady ist hier noch drin. Transfer, Brady, Willi Moptings, Transfer, Ademir. Das passt, okay. Tonebo, vielen lieben Dank für den achten Monat Resub. So, wer sitzt jetzt hier alles drin? Expo, Brady, Kalemi, Adler. Wir können mal auch jemand anderen ein bisschen zu Wort kommen lassen hier. Der Brady darf heute mal. Und dann holen wir gleich noch den... Nee, der ist da hinten irgendwo, ne? Drei Kilometer. Puh, drei Kilometer wird sportlich mit dem Jetpack. Mal gucken. Aber den retten wir gleich noch rüber. Woher werden die hier einmal noch versorgt? Das müsste gerade so reichen, ein bisschen Glück. Aber das ist glaube ich die falsche Seite, ne? Jetzt ist das blöde Kabel tatsächlich auf der anderen Seite. Ja. Raus. Das geht nicht, glaube ich. Schön abgemalt, ne? Komm, guck mit dir. Heute... Der steuert sich total komisch, keine Ahnung. Er entscheidet sich immer um, in welche Richtung er gucken will. Aber das hängt irgendwie mit dem Kabel zusammen, was er auf dem Rücken hat. Er dreht sich halt immer wieder zurück. So, das wird nicht funktionieren, ne? Ah, komm. Heute ist leider nichts einfach, habe ich so das Gefühl. Und es ist nichts an der ganzen Seite einfach. Es will auch nichts einfach so funktionieren. Aber muss wahrscheinlich immer so sein. So. ... ... Das war's. Verbindung steht. Können wir hier einmal das Essen wieder umladen. Dann kann Lady eigentlich auch gleich einsteigen schon mal. Hat sich seinen Heimflug dann redlich verdient. So. Hier kriegt wieder Supplies. Aber so fliegt er noch gar nicht verbraucht. Das ist gut. Hier sind halt kaum noch Kerbils mittlerweile. Das ist auch hervorragend. So Liquid Fuel Oxidizer reicht auch noch mal weiter. Das langsam ein bisschen gefährlich wird. Das müssen wir jetzt gleich mal machen. Das ist hier der Strom. Dann müssen wir einmal die Fuel Cell anschmeißen. Weil es natürlich im Moment noch ein wenig finster ist. So wir haben 920 Meter pro Sekunde. Das müsste ausreichen, um uns von hier wegzubringen. Jetzt müssen wir einmal zu dem anderen Vogel rüber. Und hoffen, dass wir ihn zurückbringen können. Die Zeit haben wir jetzt. Oder nein, die nehmen wir uns jetzt. Im Zweifelsfall muss er laufen. Ein Stück. Ich hoffe aber, dass wir ein relativ gutes Stück fliegen können. Mit dem... 3 Kilometer wird hart. 3 Kilometer wird hart. Aber mal sehen. Mal sehen, ob wir das schaffen. Eintrag noch bis zur anderen Kapsel, dass sie ankommt. So, da müssen wir halt statt 4, 5 holen mit der letzten Mission. Das ist... Wir wussten ja, dass es nicht einfacher wird. So, da drüben müssen wir hin. Es ist so fucking fitz. Starthilfe mit Anlauf nehmen. So. Ich hoffe, dass das nicht in die Hose geht. Ähm, Fuel Fenster auf. So. Wir steigen und wir fliegen. Beides ist prinzipiell gut. Das sieht so aus, als ob wir das mit einem guten Hopp schaffen würden. Okay, da ist irgendwie der Link, glaube ich gerade. Broken. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich will einen Dive haben. Also ich will sinken, aber ich will halt auch nicht sterben. Stimmt. Marker könnte man auch anmachen, ne? Ja, wobei ich... ... ganz gut weiß, wo ich gerade hinfliege. Ich muss vor allen Dingen halt Geschwindigkeit rausnehmen. So. Das sollte uns... ... ganz gut da hinbringen. Ohne drauf zu gehen. Sprit sieht auch noch gut aus. Darf halt nicht zu schnell fallen. Das ist das einzig Wichtige. Damit ich das halt noch abfangen kann. Vorm Boden. Der Rest ergibt sich dann. Aber wir sehen gut aus mit dem Sprit. Genau. Beine sind richtig eingestellt. Auf Pudding-Modus. So. Dann kann er auch gleich rüber in das Rettungsraumschiff nochmal. Sehr schöner Hüpfer. So. Simon ist gerettet. Okay. Hier hat sich jetzt halt das Kabel gelöst, aber... ... am Ende egal. Wir hatten die Ressourcen transferiert. So. Und dann nehmen wir noch jemanden aus dem Tank hier mit. Explo muss noch ein bisschen arbeiten. Ich würde sagen, der Atlant kommt heute... ... kommt heute noch raus. Der hat auch genug gelitten. So. So. Dann heißt es fünf Körbe jetzt retten. Ich guck gleich nochmal nach, ob das richtig ist. Aber eigentlich müsste das hinhauen. Dass wir hier noch fünf an Bord haben, ne? Gut. Gut. Dann Jetpack funktioniert gar nicht. Okay. Wie wärs mit Grab statt Climb? Ich, Dio. Vielen lieben Dank fürs Followern. Ganz herzlich willkommen bei den Körbenauten. So. Dann gucken wir nochmal rein. Wie gesagt, das müssten jetzt noch vier Leute... äh, fünf Leute sein. Drei Körbels. Ah, damn. Stimmt, mir fehlt eine komplette Kapsel. Es sind sogar mehr. Ich kann überhaupt nicht rechnen. Es sind sogar mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Acht Lohne. Das ist machbar. Das ist machbar. Ja, da müssen wir uns was überlegen. Also acht in einem Schwung, das traue ich mir zu. Wenn ich dran denke, die Beine ordentlich einzustellen. Dann bringen wir jetzt erstmal die nach Hause oder auf den Heimweg. Und dann bauen wir uns was, um die anderen acht noch zu holen. Genau. Fünf, 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 fünf. Genau. So, das Arsch hier ist, feuere ich gerade mit, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen, damit wir schnell wegkommen. Macht auf einmal sicher, ob das gut geht? Nein. Aber ich würde die gerne alle rausholen. gut. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen Zeit, bis wir bei denen sein müssen. Und die sollten wir nutzen, so. 406 Meter pro Sekunde. Gucken, ob wir mit denen nach Hause kommen. Das reicht, ne? Hier machen wir wahrscheinlich wirklich einen direkten Reentry. Weil ich es mir nicht so wirklich aussuchen kann. So. Wie holst du denn die Touristen da raus? Ähm, ich werde wahrscheinlich andocken an das Ding, andocken müssen. So, Fuel Cell kann aus. Strom haben wir wieder im Griff. Sein Winter sind die Lieblinge zum Schlusskredit. Ja, genau. Auf jeden Fall. Das aber nicht heißt, dass ich die anderen nicht gerne habe, die hier gerettet werden. So. Okay. Jetzt erstmal Burn zurück nach Köppen. Drei, zwei, eins, los. Ja, diesmal müssen wir alles sauber abbauen. Vor allen Dingen auch die Leiter. Weil wir hier auch sehr heiß wieder eintreten werden. Das muss dann passen. Ich mag, wie die Moon-Überfläche mittlerweile aussieht. Ist echt immer wieder schön anzuschauen. Jetzt sind ja die neuen Texturen für eine 1.8, was glaube ich, reingebracht haben. Jetzt gucken wir nochmal, dass das hier sauber passt. Und dann machen wir uns hier ein Erinnerungsmanöver. Das ist aber ganz schön knapp. Und dann geht es auch ziemlich schnell, ne? Uff. Ja, wo ist denn 20 Minuten? 20 verdammte Minuten müssen noch reichen, oder? Für eine Landung. Ich hoffe, dass die reichen. So, dann machen wir jetzt gleich noch schnell die Leiter weg. Dann können wir das später nicht vergessen. Und... Ich gehe mal ins Space Center. Also... Wir haben ja eigentlich mit dem jetzigen Moon-Rettungspferd ein relativ... ...okayisches, sage ich mal. Ein relativ okayisches Fahrzeug. Wir müssen halt das Gewicht irgendwie nach unten bekommen, ne? Das ist eigentlich der wichtige Part. Mit dem sichergestellt ist, dass uns die Kiste nicht irgendwie um die Ohren fliegt. Ähm... Beim... Beim... Beim Wiedereintritt... Da ist er. So... Prinzipiell... Keine schlechte Rakete. Müssen wir gegebenenfalls noch ein bisschen umbauen. So... Jetzt haben wir hier natürlich... Erstmal so ein paar Herausforderungen zu lösen, die wir vorher nicht hatten. Nämlich den ganzen Platz bereitzustellen. So... Ich nehme jetzt mal die... Dumm-Brot-Einfach-Variante. Packen hier Hitsteiger ran. Hitzeschild. Fertig. 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 Eben. Das freut mich zu hören. Oder zu lesen besser gesagt. Das... Nämlich genauso ist es gedacht. Das... Das... Gerne auch... Äh... Anregen darf. Sie selber wieder zu verlustieren an KSP. So dann haben wir acht Seeds. Das ist natürlich ein Seed zu wenig. Der magische neunte Seed, ne? Hier wären glaube ich irgendwie 350 Stück drin. Der Autositz kann der 9. sein. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Ich habe gerade akustisch verstanden, wie du gerne zurückfliegen möchtest. Ist das so richtig bei mir angekommen? Am Ende kann man natürlich einfach so ganz Billo-Dinger machen. Das wäre natürlich so die hässlichstmögliche Variante. Okay. Okay. Wir müssen es natürlich auch noch vor Ort bringen. Das ist einfach sehr körperlich. Ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss. Oh nein. Oh nein. Ja gut, da kommt ja noch ein bisschen was ran. Wir haben ein bisschen Schiss davor, wie das sich beim Wiedereintritt verhält, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese kleine Kapsel da oben drauf finde ich auch irgendwie doof. Also ich mag eigentlich den Teil sehr. Das ist einfach so ein bisschen Schiss. Das ist einfach so. Was wäre denn? Wenn wir so fliegen. Dann haben wir zwar immer noch ein Sieg zu wenig im Moment, könnten aber beim Wiedereintritt quasi mit zwei Kapseln arbeiten. Ich muss halt nur die Delta V einberechnen für sauber im Orbit landen erstmal vorher. Also wirklich ein Turban Orbit draus zu machen. Und ich habe nicht so zerbrechliche Teile, die irgendwie auflagen. Die Dinger sind nämlich relativ robust insgesamt. So. Dann hätten wir hier nämlich so die Möglichkeit und können noch irgendwie so ein bisschen mit Radial Mount Shoots arbeiten. Zack. 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 Ich guck mal. Vielleicht ist ja irgendwas im Tech-Tree da, was mir diese Aufgabe ein wenig versüßen würde. Ich habe nur 650 Science-Punkte. Es ist nicht so, als ob... Ist hier irgendwas mit dabei? Einer, drei, sechs. Das ist aber auch nicht wieder Eintritt geeignet. Gut. Okay, schade. Gut, das ist sehr unwahrscheinlich, dass hier irgendwelche Kapseln drin sind. Guck, wird es vielleicht... Nö. Hm. Ausfahrbare Räder, wenn ich das richtig sehe. Richtig. Das wäre gar nicht die schlechteste Idee für unser Vorhaben. Aber Command-Pod-mäßig ist da nichts dabei, was uns irgendwie hilft. Was machen wir, was machen wir draus? Was machen wir, was machen wir draus? Ich muss mal ganz kurz was gucken, wie das aussieht im Moment. Ich würde sie gerne in einem Flug jetzt abholen. Ich bin jetzt so oft dahin geflogen. Ich könnte einfach tatsächlich einen Zwischenstopp einlegen oder so. Ein gutes Teil der Bagage. Okay, normaler Docking-Bord. Na, arbeitet ihr hier brav? Das hoffe ich aber auch für euch. Dass wir hier einen guten Zwischenstopp machen und dann einfach von hier aus weiterarbeiten. Habe ich genug Platz? Potenziell... Was ist das? Curvy Turtle. Da passen auch Peoples rein. Richtig. Da passt einer rein. Oh, da ist auch nochmal ein Vierer. Ich glaube, wir machen ein Erweiterungsmodul für die Raumstation draus. Das wir dann einfach an der Kmeer lassen und da fest anbauen später. Das aber natürlich geguckt, wie die Momentauf strukturiert ist. Und wir dann vorher damit rein zufällig zum Moon fliegen, um wieder zurückzukommen. Wenn du Ausrufezeichen Seacon eingibst, Arnivore, dann kriegst du eine Seacon-Datei, wo alle meine Mods drin sind. Und eine kurze Erklärung im Textform, wie dein KSP dafür aussehen muss. Dann kannst du das einfach als Modset so nachinstallieren. Sehr schöne Idee. Den Moon einfach auf Herbin landen. I like your thinking. Okay, da müssen wir aber tatsächlich ein bisschen anders neu bauen. Ist es dann dieses Modul trotzdem noch? Ich finde das eigentlich als... Es könnte auch schick aussehen, ne? Könnte natürlich auch shitty aussehen, aber es könnte auch schick aussehen. Das tatsächlich so anzubauen, um dann den... ...den Ausläufer damit... Also, pass mal auf der Ausläufer-Raumstation würde dann so aussehen, dass wir sagen... Huch. Äh, nicht Adrian. Wir bauen eine weitere... ...äh, vier-Personen-Kapsel an die Raumstation an. Und dann kommt eigentlich... ...ein Trenn-Dings dazwischen. So, jetzt müsste man nur gucken, dass wir hier irgendwie... ...später noch einen Construction-Port oder sowas ranbringen. Das wäre aber nicht so wild. Das heißt, hier könnten wir einen Construction-Port hinbauen. Schon mal, dass wir da später den Anbau an die Raumstation machen. Das wäre eigentlich stressfrei. Und hier wäre... ...wäre das da. Warum nicht? Aber das können wir relativ... ...relativ simpel auf Basis unserer... ...Mun-Brettung bauen. Weil das so eine große Veränderung gar nicht ist. Guck mal, das kommt weg. Die blöde Leiter kommt weg. Wir können uns... ...das Heatshields entledigen. Und bauen dafür... ...den hier ran. Zack. Das müssen wir gleich nochmal... ...neu basteln. Äh... Construction-Port drauf. Die Dinger kommen weg. So, dieses ganze Gerümpel... ...würde ich auch mal ein bisschen aufwäumen. Tatsächlich, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Die Fuel-Cell... ...ne, werden wir nicht mitnehmen. Wir nehmen stattdessen noch mit... ...ne große Batterie. Die schadet nämlich an der Raumstation später auch nicht. Und ich überlege gerade... ...nehmen wir einen großen Fresstank mit? Für die Raumstation? Hat die Raumstation solche Themen? Das Ding wiegt halt echt viel, ne? Das macht es unnötig kompliziert eigentlich. Das ist mir auch egal. Komm. So. Was passiert mit dem leeren Tank? Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ich überlege auch gerade. Äh... Können wir den... ...können wir den irgendwie ditschen? Nein, den kann ich aber disassemblen eigentlich. Brauche ich Essen, brauche ich Essen, brauche ich Essen. Ich nehme das lieber mal mit auf die Station. Das bleibt so, das bleibt so, das bleibt so. Landing Gear. So, damit sollten wir auch... ...ne deutlich stabilere Landung bekommen. Bitte sagt mir, dass ihr schon in der Geo-Action-Gruppe drin seid. Natürlich nicht. Ha-da. Toggle Stabilizer. Thank you. Okay. So, damit haben wir das. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Das ganze Ding hat dann allerdings im Vakuum auf dem Moon 1553 Meter pro Sekunde. Das ist nicht ganz schlecht. Ist aber halt auch nicht gigantisch gut. Sollten wir also... ...mit... ...ein paar Zusatztanks arbeiten, glaube ich. Macht das Sinn? Macht das Sinn für uns, Zusatztanks zu haben? Ah, wir hatten dieses Räder-Thematik-Ding noch, ne? Wir müssen da noch irgendwie hinkommen. Das ja auch noch. Okay. Don't save. 8.000 kosten die Teile. Dann gucken wir jetzt mal. So, Freunde. Jetzt habt ihr mich soweit. Ich brauche irgendwie... ...ne Engine. Hopla. Hopla. So, ich sehe das. dann hat man fahrzeug richtig was passiert hier das müssen wir ja irgendwie abholen ich muss jetzt nur irgendwie räder ran bekommen ohne mich dabei ernsthaft zu verletzen das ist jetzt korrekt oh ja so geht halt wir brauchen halt hinten noch irgendwie oh da sind auch supplies drin das ist auch gar nicht schlecht das ding habitation wahrscheinlich ne aber auch noch mal supplies ok das darf auf jeden fall nicht der sprit sein irgendwas muss da noch ran okay das ist 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 das wirklich das ist jetzt irgendwie von rakete über raumstation modul zu komischer rover das ist das ist das ist das ist das ist halt problematisch wird da hinzukommen ich meine hier ist dann halt den Gedanken nochmal so ein bisschen weiterführen da könnte man aber gegebenenfalls mit einem Service Bay inzwischen gehen aber das wird schon wieder so ein Ton Ich bin ja ein bisschen unschlüssig, welchen Ansatz ich jetzt wählen möchte. Merkt man wahrscheinlich auch gar nicht. Oh, Zord. 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 2132 Delta V Wenn wir auf die Lampen verzichten, die uns so gar nicht geholfen haben Macht es das nicht viel besser Dann können die von mir aus auch dranbleiben Ah, da haben wir sogar coole Schiebetüren an der Raumstation seitlich Eigentlich gar nicht so schlecht Das demontieren wir dann später, wenn wir gedockt sind Apropos, wenn wir da unten in der Raumstation docken wollen Sollten da Zumindest mal zwei Zwei RCS-Blocks noch dran sein für später Dann können wir hier das auch wirklich drinnen lassen Okay Landebeine Das bereiten wir jetzt noch vor So Das ist schon mal gegeben Zeig Und jetzt müssen wir mal gucken, was die restliche Rakete mit uns macht Wenn wir dieses Äh, Gewicht Aber ich denke mit den Dingen hier haben wir dann auch einen schönen Stand, mit dem man halt leben kann Nicht direkt wieder umkippt Oh, das passt ganz gut So Bleibt natürlich noch ein bisschen die Herausforderung des Wie bewegen wir uns Wie bewegen wir uns nachher hin? Jetzt gucken wir erstmal kurz, wie die Delta-V-Verhältnisse so aussehen Ganz hervorragend Warte Jep, Dankeschön Äh Die Delta-V-Sagen Wir können jetzt mal starten Das ist doch schon mal schön Ähm Okay Okay, also wir haben in der ersten Stage knappe 2000 Meter pro Sekunde, dann kommt die Boosterabtrennung und wir hauen nochmal 218 raus. Dann sind wir bei 2,2. So, dann gehen wir auf die nächste Stage. Da haue ich dann 1.892 Delta V rein. Wenn ich die sinnvoll benutze, wir gehen von 2,2 in den Orbit mit ungefähr 1.200 nochmal, dann schaffe ich aber den Inject mit dem Stage wahrscheinlich mit Ach und Krach. Der Stage mit Ach und Krach. Das heißt, wenn ich die hier ein bisschen stärker gestalte. Ich habe also die Einfluss, die hier ein bisschen stärker gestalte. Er möchte das nicht mehr. So, das zieht uns hier unten natürlich ein bisschen Delta V raus, logischerweise. Und wir müssen wahrscheinlich jetzt auch gleich mal gucken, dass unser Schubgewichtverhältnis noch passt, was es nicht mehr tut. Ja, dann ist es wieder okay. So. Wir spielen jetzt mal toter Tank hier oben. Du hast keine Delta V. Wir wissen, dass du für dich alleine gestellt 2039 Meter pro Sekunde hast mit einer 2,08er Delta V. Äh, Delta V. Äh, Schubgewichtverhältnis oder Trust Weight Ratio. So, das heißt, das würde passen für den Moon. Wenn wir den Rest jetzt haben, haben wir 4712. Drei, vier für den Orbit. 900 für den Inject. Sind wir bei 4,3. Zirkularisieren. Guck mal 300. Ja, was kostet das Zirkularisieren? Ich guck mal. Auf dem schlauen Plan. 310. Also, wir müssen die erste Stage mit ein bisschen mehr Bums versehen. Dann klappt es, glaube ich, auch mit den Nachbarn. Wir werden das hier das nächste Mal noch ein bisschen umbauen. Wahrscheinlich die Booster weg. Ah, ich tendiere zu Flüssigboostern tatsächlich, um das ein bisschen aufzubiefen. Und dann haben wir den Schub, den wir brauchen, oder die Delta V, die wir brauchen, dass die Upper Stage in Teilen noch für die Landung funktionieren wird. Dann sind wir da eigentlich. So, das heben wir uns aber, wie gesagt, für das nächste Mal auf. Bis zum nächsten Mal.